Leitfähigkeit als Tensor Im speziellen Fall eines isotropen und linearen Mediums ist die elektrische Leitfähigkeit ein Skalar. Nur in diesem einfachen, in der Anwendung aber häufigen Fall erfolgt daher die Stromleitung proportional und in derselben Richtung wie das die Stromdichte verursachende elektrische Feld. In einem anisotropen und linearen Material ist die elektrische Leitfähigkeit ein Tensor II. Stufe, also ein mehrdimensionaler Wert. Beispiele für Materialien mit solchen Eigenschaften sind Materialien mit Strukturen wie Grafit, Kristalle und Hochtemperatur-Supraleiter. Warum ist ein Stoff elektrisch leitfähig? Die Leitfähigkeit eines Stoffes oder Stoffgemisches hängt von der Verfügbarkeit beweglicher Ladungsträger ab. Dies können locker gebundene Elektronen wie beispielsweise in Metallen, aber auch Ionen oder delokalisierte Elektronen in organischen Molekülen sein. Wie sie häufig durch Meso-Meere-Grenzstrukturen beschrieben werden, Beispiele Ionen reines Wasser hat eine äußerst geringe Leitfähigkeit. Werden dem Wasser Salze, Säuren oder Basen hinzugefügt, die in wässriger Lösung frei bewegliche Ionen freisetzen, steigt die Leitfähigkeit an. Brände in Hochspannungsanlagen sollen daher nicht mit Wasser gelöscht werden, um das Löschpersonal nicht dem Risiko eines Stromschlags auszusetzen. Nasslöscher können nach DIN-VDE0132 in Niederspannungsanlagen bis 1000 V aus mindestens 1 Meter Abstand bzw. 3 Meter Abstand benutzt werden. Dotierung In Halbleitern nutzt man gezielte Verunreinigungen des Grundmaterials, sogenannt Dotierungen, um seine Leitfähigkeit zu beeinflussen. Wird das Grundmaterial mit Elektronendonatoren versetzt, spricht man von Endotierung. Bei Zusatz von Elektronenakzeptoren dagegen von P-Dotierung. Durch die P-Dotierung entstehen Elektronenfehlstellen, auch Löcher oder Defektelektronen genannt, die ebenso die Leitung des elektrischen Stroms ermöglichen wie die überzähligen Elektronen im Falle endotierter Halbleiter, siehe auch. Ein Modell zur Veranschaulichung oder Erklärung der Leitfähigkeit eines Kristalls ist durch das Bändermodell gegeben. Da die thermische Leitfähigkeit in metallischen Festkörpern vor allem durch die Elektronen bestimmt wird, sind elektrische und thermische Leitfähigkeit durch das Wiedemann-Franz-Shee-Gesetz verknüpft. Untertitelung des ZDF October 2018